Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lonares liest. Und diesmal gibt es das 14. Kapitel, den 14. Teil von 20.000 Meilen unter dem Meer. Er heißt der Schwarze Strom. Und jetzt geht's runter, unter die Meeresoberfläche, in die Tiefsee. Viel Spaß dabei. Der vom Wasser bedeckte Teil der Erdoberfläche wird auf mehr als 3 Millionen Quadratmyriameter angeschlagen. Diese flüssige Masse enthält mehr als 2 Milliarden Kubikmeilen und würde eine Kugel mit einem Durchmesser von 60 Meilen bilden und einem Tonnengewicht von 3 Quintillionen. Diese Wassermasse nun ist ungefähr so viel, wie in allen Flüssen der Erde in 40.000 Jahren fließt. Zur Zeit der geologischen Epochen folgte auf die Periode des Feuers die des Wassers. Der Ozean bedeckte anfangs alles. Darauf traten in der Übergangsepoche die Bergspitzen hervor. Die Inseln tauchten auf, verschwanden wieder bei teilweise Überschwemmungen, zeigten sich von Neuem, gruppierten sich, bildeten Kontinente und endlich gewannen die Länder die feste Gestalt, wie wir sie jetzt geografisch kennen. Das Feste hatte dem Flüssigen mehr als 37 Millionen Quadratmeilen abgewonnen, also mehr als 12.000 Millionen Hektar. Gemäß der Gestaltung der Kontinente wurden nun die Meere in fünf große Teile geteilt. Das nördliche und südliche Polarmeer, der indische, atlantische und der stille Ozean. Der letztere erstreckt sich von Norden nach Süden, zwischen den beiden Polarzirkeln und von Osten nach Westen, zwischen Asien und Amerika. Er ist von allen Meeren das ruhigste. Seine Strömungen sind weit und langsam, Ebbe und Flut mäßig, Regengüsse reichlich. Diesen Ozean sollte ich unter den seltsamsten Bedingungen zuerst durchfahren. Herr Professor, sprach Kapitän Nemo zu mir. Wenn es Ihnen beliebt, wollen wir den Ort, wo wir uns befinden und den Punkt, von welchem wir abfahren, genau aufnehmen und feststellen. Es ist viertel vor zwölf mittags. Ich will nun zur Oberfläche des Wassers aufsteigen. Der Kapitän drückte einmal auf die elektrische Uhr. Die Pumpen begannen, das Wasser aus den Behältern zu treiben. Der Zeiger des Manometer gab durch den verschiedenen Druck die aufsteigende Bewegung des Nautilus an. Dann stand er still. Wir sind oben angelangt, sagte der Kapitän. Ich begab mich zu der Leiter in der Mitte, die zur Plattform führte, kletterte die metallenen Sprossen hinauf und gelangte oben auf dem Nautilus an. Die Plattform ragte nur um 80 Zentimeter aus dem Wasser. Vorder- und Hinterteil des Nautilus waren spindelförmig, vergleichbar mit einer langen Zigarre. Ich bemerkte, dass seine Eisenplatten, die wie Dachziegel angeordnet waren, wie ein Schuppenpanzer aussahen. So wie bei den großen Landreptilien. Deshalb also wurde der Nautilus, trotz der besten Fernrohre, immer für ein Meerestier gehalten. In der Mitte der Plattform bildete das kleine Boot, das zur Hälfte in den Schiffsrumpf eingelassen war, eine leichte Erhöhung. Vorne und hinten sah man zwei mäßig hohe Gehäuse mit schiefen Wänden, die zum Teil mit dicken Linsengläsern geschlossen waren. Das eine war für den Steuermann, das andere für die glänzende elektrische Schiffslaterne, welche während der Fahrt das Meer erleuchtete. Das Meer war prachtvoll, der Himmel klar. Das lange Fahrzeug spürte kaum die weiten Wogen des Ozeans. Ein leichter Ostwind kräuselte die Wasseroberfläche. Der klare Horizont gab freie Sicht. Es war nichts zu sehen. Keine Klippe, kein Eiland. Von der Fregatte Abraham Lincoln keine Spur. Eine grenzenlose Einöde. Kapitän Nemo nahm mit Hilfe seines Sextanten den Höhenstand der Sonne auf. Aus ihm ergab sich die Breite. Er wartete einige Minuten, bis das Gestirn am Rand des Horizonts auf die gleiche Ebene kam. Während er beobachtete, zitterte keiner seiner Muskeln. Seine Hand war ruhiger als die einer Marmorstatue. Zwölf Uhr mittags, sagte er. Herr Professor, wann Sie belieben? Ich warf einen letzten Blick auf das Meer, das in der Nähe der japanischen Küste etwas gelblich war, und begab mich wieder hinab in den großen Salon. Hier öffnete der Kapitän seine Instrumente und berechnete mit Hilfe des Chronometers die Länge, die er durch die vorhergehenden Beobachtungen der Stundenwinkel kontrollierte. Dann sagte er zu mir, Herr Aronax, wir befinden uns 137 Grad und 15 Minuten westlicher Länge. Von welchem Meridian aus? fragte ich aufgeregt. In der Hoffnung, durch seine Antwort könnte ich vielleicht seine Nationalität herausfinden. Mein Herr, erwiderte er, ich habe verschiedene Chronometer, die nach den Meridianen von Paris, Greenwich und Washington gestellt sind. Aber Ihnen zu Ehren will ich mich des Pariser Chronometers bedienen. Diese Antwort brachte mir gar nichts. Ich machte eine Verbeugung und der Kommandant fuhr fort. 37 Grad und 15 Minuten westlicher Länge vom Pariser Meridian und 30 Grad sieben Minuten nördlicher Breite, das heißt etwa 300 Meilen, von Japan entfernt. Heute haben wir den 8. November, an dem nun mittags unsere unterseeische Forschungsreise beginnt. Gott sei mit uns, erwiderte ich. Und jetzt, Herr Professor, fuhr der Kapitän fort, überlasse ich Sie Ihren Studien. Ich habe die Richtung Ost-Nord-Ost in 50 Metern Tiefe angegeben. Hier sind Karten, mit denen Sie sie begleiten können. Der Salon steht Ihnen zur Verfügung und ich bitte um Erlaubnis, mich nun zurückzuziehen. Ich blieb nun allein, in meine Gedanken vertieft. Sie waren alle beim Kommandanten des Nautilus. Sollte ich jemals erfahren, welcher Nation der seltsame Mann angehört? Wodurch ist sein Hass gegen die menschliche Gesellschaft hervorgerufen worden? Ein Hass, der vielleicht auf schreckliche Rache aus war? War es einer der verkannten Gelehrten? Ein Genie? Ein moderner Galilei? Oder einer der Männer der Wissenschaft, deren Laufbahn durch politische Revolutionen zertrümmert wurde? Ich konnte noch nichts darüber sagen. Mich, den das Schicksal zu ihm an Bord verschlug, dessen Leben er in der Hand hat, nahm er kalt, aber gastfreundlich auf. Nur ergriff er nie die Hand, die ich ihm reichte, und er reichte mir seine nie. Eine volle Stunde blieb ich in Gedanken versunken. In der versuchte ich vergebens, das Geheimnis zu ergründen. Dann hefteten sich meine Blicke an die große, über den Tisch ausgebreitete Karte. Und ich tippte mit dem Finger auf den Punkt, wo die beobachtete Länge und Breite sich kreuzten. Das Meer hat, wie das Festland, Flüsse. Es sind besondere Strömungen, die an ihrer Temperatur und Farbe zu erkennen sind. Der merkwürdigste ist unter dem Namen Golfstrom bekannt. Die Wissenschaft hat auf der Erdkugel die Richtung der fünf Hauptströme bestimmt. Der erste und der zweite sind im Norden und im Süden des Atlantischen Ozeans. Der dritte und der vierte befinden sich jeweils im Norden und Süden des Stillen Ozeans und der fünfte ist im Süden des Indischen Ozeans zu finden. Es ist sogar wahrscheinlich, dass vor langer Zeit noch ein sechster Strom im Norden des Indischen Ozeans existierte. Damals, als der Kaspische und der Aralsee, die nun zu den großen Seen Asiens gehören, noch eine einzige Wasserfläche bildeten. An dem auf der Karte bezeichneten Punkt fließt nun einer jener Ströme. Der Schwarze Fluss, der von den Japanern Kuruskivo genannt wird. Er kommt vom bengalischen Golf her, wo die senkrechten Strahlen der tropischen Sonne ihn wärmen. Dann läuft er durch die Enge von Malacca hindurch, entlang der Küste Asiens. Danach zieht er sich im Norden des Stillen Ozeans in runder Krümmung bis zur Aleutengruppe hin, wo auf ihm Stämme von Kampferbäumen und andere indische Produkte transportiert werden. Und wo er schließlich mit dem puren Indigo seiner warmen Gewässer von den Fluten des Ozeans sich abhebt. Mit dieser Strömung war der Nautilus im Begriff zu fahren. Ich verfolgte ihn mit dem Blick, sah, wie er sich in der Unermesslichkeit des Stillen Ozeans verlor, und fühlte mich mit ihm fortgetrieben, als Ned Land und Conseil an der Türe des Salons erschienen. Meine treuen Gefährten standen wie versteinert beim Anblick der vor ihren Augen aufgehäuften Wunder. Wo sind wir denn hier gelandet, rief der Kanadier. Im Museum zu Québec? Wenn's meinem Herrn beliebt, versetzte Conseil, wäre es eher im Hotel Somerard. Meine Freunde, erwiderte ich, indem ich ihnen winkte einzutreten. Sie sind weder in Kanada noch in Frankreich, sondern an Bord des Nautilus, 50 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn mein Herr das sagt, muss ich das wohl glauben, erwiderte Conseil. Aber offengesagt, dieser Salon versetzt selbst einen Flammländer wie mich in Staunen. Staune nur, mein Freund, und schau genau hin, denn für einen so starken Klassifizierer wie dich gibt's hier viel zu tun. Ich brauchte Conseil nicht zu ermutigen. Der brave Junge war bereits über die Glaskästen gebeugt und murmelte schon Worte aus der Naturforschersprache. Klasse der Gastropoden, Familie der Bukinoiden und so weiter. Währenddessen fragte mich Ned Land, der wenig Sinn für Konkylien hatte, über meine Gespräche mit Kapitän Nemo aus. Ob ich entdeckt habe, wer er sei, woher er komme, wohin er gehe, in welche Tiefen er uns hinabziehe, kurz tausend Fragen. Und für deren Antwort hatte ich schlicht keine Zeit. Ich teilte ihm mit, was ich wusste, oder vielmehr, was ich nicht wusste, und fragte ihn, was er gehört oder gesehen hatte. Nichts gehört, nichts gesehen, erwiderte der Kanadier. Ich hab nicht einmal die Mannschaft des Bootes gesehen. Ist die vielleicht auch elektrisch? Elektrisch. Er ist doch wahr. Man könnte es fast glauben. Aber Sie, Herr Aronax, fragte Ned Land, Sie können mir nicht sagen, wie viel man an Bord sind. Zehn? Zwanzig? Fünfzig? Oder hundert? Ich kann darauf keine Antwort geben, Meister Land. Übrigens, glauben Sie mir. Geben Sie für jetzt die Idee auf, sich des Nautilus zu bemächtigen oder zu fliehen. Dieses Fahrzeug ist ein Meisterwerk der modernen Industrie. Und es täte mir leid, hätte ich es nicht gesehen. Manch einer würde sich gern in unsere Lage begeben, nur um durch diese Wunder hier zu spazieren. Also, verhalten Sie sich ruhig, und lassen Sie uns sehen, was um uns herum vorgeht. Sehen, rief der Harponier. Man sieht ja nichts und man wird von diesem eisernen Gefängnis aus auch nichts sehen. Wir fahren, wir schiffen blind hinaus. Diese letzten Worte sprach Ned Land, als es plötzlich stockfinster wurde. Das helle Licht am Plafond erlosch. Und zwar so schnell, dass meine Augen schmerzten. Gerade so wie bei einem plötzlichen Übergang aus dem Finsteren zum blendenden Licht. Wir blieben still, rührten uns nicht, weil wir nicht wussten, welche angenehme oder unangenehme Überraschung uns bevorstand. Plötzlich hörte man ein Hin- und Hergleiten, als wenn die Füllungen der Seitenwände sich verschieben würden. Jetzt ist alles aus, sagte Ned Land. Ordnung der Hydromedusen, murmelte Concey. Mit einem Mal wurde es auf beiden Seiten des Salons hell, durch zwei längliche Öffnungen. Das Gewässer wurde durch das elektrische Licht hell erleuchtet. Wir waren nur durch zwei Glasplatten vom Meer getrennt. Anfangs gruselte es mich noch bei dem Gedanken an die Zerbrechlichkeit dieser Wand. Doch sie war mit starken Kupfereinfassungen befestigt, sodass sie fast unendlichen Widerstand zu leisten fähig war. Das Meer war im Umfang einer Meile um den Nautilus herum klar zu durchschauen. Welch ein Anblick. Mit Worten nicht zu beschreiben. Wer könnte die Lichteffekte durch diese erleuchteten Streifen und deren sanfte Abstufungen bis zu den unteren und oberen Schichten schildern? Die Durchsichtigkeit des Meeres ist bekannt. Man weiß, dass es weit klarer ist als Felsen oder Quellwasser. Die mineralischen und organischen Bestandteile, die es in aufgelöstem Zustand enthält, erhöhen noch seine Durchsichtigkeit. In manchen Teilen des Ozeans, zum Beispiel bei den Antillen, kann man den sandigen Meeresgrund in 145 Metern Tiefe mit erstaunlicher Klarheit erkennen. Und die durchdringende Kraft der Sonnenstrahlen scheint erst in einer Tiefe von 300 Metern aufzuhören. Aber in der flüssigen Umgebung des Nautilus wurde der Glanz des elektrischen Lichts im Schoß der Wogen selbst hervorgebracht. Es war nicht erleuchtetes Wasser, sondern flüssiges Licht. Nimmt man Ehrenbergs Hypothese an, der an eine phosphoreszierende Erleuchtung der Meerestiefen glaubt, so hat die Natur den Bewohnern des Meeres mit Sicherheit die wundervollsten Aussichten vorbehalten. Ich konnte mir hier jedenfalls durch das tausendfache Lichtspiel ein Urteil darüber bilden. Auf jener Seite blickte ich durch das Fenster in die unerforschten Abgründe. Das Dunkel im Salon hob die äußere Helligkeit und es sah für uns so aus, als sei dieses reine Spiegelglas das Fenster eines gigantischen Aquariums. Es wirkte so, als würde sich der Nautilus nicht von der Stelle rühren, einfach weil es an Merkpunkten fehlte. Doch die durch seinen Schnabel vor unseren Augen zerteilten Wasserstreifen ließen eine große Geschwindigkeit erkennen. Staunend lagen wir vor diesen Glasscheiben. Keiner unterbrach das bewundernde Schweigen. Dann sprach Conseil Schauen Sie Freund Nett Schauen Sie Merkwürdig Merkwürdig rief der Kanadier, der von dem Schauspiel so unwiderstehlich angezogen wurde, dass er seinen Zorn und seine Fluchtpläne vergaß. Man würde von weit herkommen, um so etwas Wundervolles zu sehen. Ha! rief ich aus. Jetzt begreife ich das Leben dieses Mannes. Er hat sich eine Welt für sich allein geschaffen, die ihm erstaunliche Wunder vorbehält. Aber die Fische, bemerkte der Kanadier, ich sehe keine Fische. Was liegt Ihnen denn daran, Freund Nett? erwiderte Conseil. Sie kennen sie ja nicht. Ich? Gewiss, ein Fischer von Profession, rief Ned Land. Und es begann ein Streit zwischen den beiden Freunden, denn beide kannten sich mit Fischen aus, aber jeder in sehr unterschiedlicher Weise. Es ist jedem bekannt, dass die Fische die vierte und letzte Klasse der Wirbeltiere bildeten. Man hat sie genau definiert. Wirbeltiere mit kaltem Blut und doppelten Umlauf, welche durch Kiemen atmen und für das Leben im Wasser bestimmt sind. Sie bestehen aus zwei Abteilungen. Fische mit Knochen, das heißt, deren Rückgrat aus knochenartigen Wirbeln gebildet ist, und Knorpelfische, deren Rückgrat aus knorpeligen Wirbeln besteht. Konsei, der weit mehr Kenntnisse darüber hatte, wollte nun aus Freundschaft nicht dulden, dass Ned darin so wenig bewandert war. Er sprach, Freund Ned, Sie sind ein sehr geschickter Fischer. Sie verstehen es, diese Tiere zu töten. Sie haben sie in großer Menge gefangen, aber in welche Kategorien man sie einteilt, das wissen sie nicht. Oh doch, erwiderte der Harponier, sie werden eingeteilt in Fische, die man isst und solche, die man nicht isst. Solch eine Einteilung macht ein Fresser, versetzte Konsei. Aber kennen Sie den Unterschied von Knochen- und Knorpelfischen? Möglicherweise, Konsei. Und die Unterabteilung dieser großen Klasse? Keine Ahnung, erwiderte der Kanadier. Hören Sie und lernen Sie, Freund Nett. Die Knochenfische unterteilen sich in sechs Ordnungen. Die erste mit vollständigen beweglichen Oberkiefern und Kiemen in Gestalt eines Kammes, um fast 15 Familien übrigens. Diese machen drei Viertel der bekannten Fische aus, darunter zum Beispiel der gemeine Barsch. Der schmeckt ziemlich gut, erwiderte Nett Land. Die der zweiten Ordnung, Afterflosser genannt, haben ihre Bauchflossen am Unterleib und hinter den Brustflossen, nicht an den Schulterknochen. Sie bilden fünf Familien. Dazu zählen die meisten der Süßwasserfische, darunter unter anderem der Karpfen und der Hecht. Pfui, sagte der Kanadier verächtlich, Süßwasserfische. Drittens, fuhr Concey fort, gibt es noch die, deren Bauchflossen unter den Brustflossen stehen und die unmittelbar an den Schulterknochen sitzen. Das sind vier Familien. Zu ihnen gehören beispielsweise die Butten, die Plattfische und die Meerzungen. Vortrefflich, vortrefflich, rief der Harponier aus, der die Fische natürlich nur nach der Genießbarkeit bewertete. Viertens, fuhr Concey fort, ohne sich ablenken zu lassen. Die Diapoden, mit langem Leib, ohne Bauchflossen und einer dichten, oft klebrigen Haut. Diese Ordnung bildet nur eine Familie und dazu zählt der Aal. Pff, mittelmäßig, versetzte Netland. Die der fünften Kategorie haben vollständige und freie Kiefer. Ihre Kiemen bestehen aus kleinen Trotteln, welche paarweise längst in Kiemenbögen zu finden sind. Zu dieser Ordnung gehört ebenfalls nur eine Familie. Das wäre das Seepferd, so als Beispiel zu nennen. Nicht gut, nicht gut, antwortete der Harponier. Bei der sechsten Ordnung endlich ist der Kieferordnung an der einen Seite festgeheftet und die Gaumenwölbung durch eine Naht mit dem Schädel eingezahnt, sodass sie unbeweglich wird. Diese Ordnung hat keine eigentlichen Bauchflossen und besteht aus zwei Familien, wozu der Mondfisch zählt. Eine Schande für eine Pfanne, rief der Kanadier. Haben Sie begriffen, Freund Net, fragte der gelehrte Concey. Nicht das mindeste Freund Concey war die Antwort, aber fahren Sie nur fort, das ist sehr interessant. Knorpelfische erklärte Concey mit unvergleichlicher Ausdauer enthalten nur drei Ordnungen. Umso besser, sagte Net. Bei den ersten sind die Kiefern mit einem beweglichen Ring verwachsen und die Kiemen öffnen sich in zahlreichen Löchern. Zu dieser gehört nur die Familie der Lampretten. Die sind zu schätzen, erwiderte Netland. Bei der zweiten ist der Unterkiefer beweglich. Die zwei Familien dieser Ordnung werden durch Rochen und Haifische präsentiert. Wie, rief Netland, Rochen und Haie in derselben Ordnung? Die sollte man nie in denselben Behälter tun. Die dritten haben, wie üblich, Kiemen. Sie öffnen sich durch eine einzige, mit einem Deckel versehene Spalte. Ein Beispiel dieser Ordnung ist der Stör. Freund Concei, Sie haben sich das Beste bis zuletzt aufgehoben, was? Ja, mein lieber Net, erwiderte Concei, merken Sie sich aber, das ist nur der Anfang, denn die Familien teilen sich noch in Gattungen, Arten und Varianten. Aber Freund Concei, sagte der Happonier, da sehen wir ja, die Arten und Varianten vor dem Fenster vorüberziehen. Ja, rief Concei, man könnte fast meinen, man wäre in einem Aquarium. Nein, erwiderte ich, denn das Aquarium ist ein Gefängnis und diese Fische da sind frei, wie die Vögel in der Luft. Nun, Concei, nennen Sie sie doch mal beim Namen, sagte Netland. Ich, erwiderte Concei, verstehe mich nicht darauf, das ist die Sache meines Herrn. Und wirklich, trotz allem klassifizieren war er kein Naturkundiger. Er konnte einen Thunfisch nicht von einem Bonit unterscheiden. Ganz im Gegensatz dazu konnte aber der Kanadier diese Fische alle benennen. Net und Concei zusammen hätten einen ausgezeichneten Naturkundigen abgegeben. Ein chinesischer Hornfisch, rief Netland und irrte nicht. Ein Trupp Hornfische mit platten Körper und einem Stachel auf dem Rücken schwammen munter um den Nautilus herum. Sie bewegten die vier Reihen Stacheln, die auf beiden Seiten ihres Schwanzes wie Borsten aussahen. Ihre Haut ist wunderschön. Oben grau, unten weiß mit goldenen Flecken, die in düsteren Wellen glänzten. Zwischen ihnen schwammen Rochen und unter ihnen bemerkte ich sehr erfreut einen chinesischen Rochen. Oben gelblich, unten am Bauch zartrosa und hinter dem Auge hatte er drei Stacheln. Zwei Stunden lang begleitete ein ganzes Heer von Wassertieren den Nautilus. Mitten in ihrem Spiel, in ihren Sprüngen, wie sie wetteiferten in Schönheit, Glanz und Schnelligkeit, so zeigten sie sich uns in einer unglaublichen Vielfalt. Und wir bewunderten dieses Schauspiel der Natur. Nett konnte sie benennen, Concey klassifizierte sie und ich erfreute mich an ihren schönen Formen und ihren lustigen Bewegungen. Diese Tiere lebend und frei in ihrem natürlichen Element zu sehen, war ein Genuss, den ich noch nie erlebt hatte. Ich will nicht alle Gattungen aufzählen, die zahlreicher als die Vögel der Luft um uns her schwammen, vermutlich angelockt vom elektrischen Licht. Da wurde es plötzlich wieder hell im Salon. Die eisernen Tafeln schoben sich wieder vor das Glasfenster. Das bezaubernde Schauspiel hörte auf. Aber ich war noch lange wie im Traum, bis meine Blicke auf die an den Wänden hängenden Instrumente fielen. Die Magnetnadel wies weiterhin nach Nord-Nord-Ost. Das Manometer zeigte einen Druck von fünf Atmosphären, was eine Tiefe von 50 Metern bedeutete, und das elektrische Lok gab eine Schnelligkeit von 15 Meilen die Stunde an. Ich erwartete Kapitän Nemo, aber er erschien nicht. Es war fünf Uhr. Ned Land und Conseil begaben sich wieder in ihre Kabine, und ich in mein Zimmer, wo ich mein Essen serviert vorfand. Es bestand aus einer Suppe von Karettschildkröte, weißem Fleisch der Meerbarbe und deren Leber köstlich zubereitet, sowie einem Stückchen Kaiserholokante, das mir schmackhafter als Salmen vorkam. Den Abend brachte ich mit Lesen, Schreiben und meinen Gedanken zu. Als ich müde wurde, streckte ich mich auf mein Seegraslager und schlief tief und fest ein, während der Nautilus quer durch die reißende Strömung des Schwarzen Flusses fuhr. Und das war das vierzehnte Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein und hinterlasst mir Abo, Like und Glöckchen, ob was immer euch einfällt. Ich freue mich, es unterstützt meine Arbeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!